Und was hast du in der Projektwoche gemacht? Ich habe gefilmt mit der Video Game Do. Ich auch. Wie viele Projekte gab es eigentlich? Keine Ahnung. 10? 15? 16? 20? Schauen wir doch mal nach. Gut, bitte. 20? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und welches Projekt fandest du am besten? Das Video-AG-Projekt fand ich am besten. Die waren schon produktiv. Und du? Auch. Das hat Spaß gemacht. Jetzt mal ohne Spaß. Bei welchen Projekten hättest du gerne mitgemacht? Ich hätte gerne bei Songwriting mitgemacht. Das sah gut aus. Und du? Ich denke mal Fußball. Dem Herr Rosk. Zeigen was lang geht. Vielen Dank an alle Lehrer, dass solche tolle Projekte entstanden sind. Dass sie so viele Mühe investiert haben. Dann noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch einen fröhlichen Sommer und bis nächstes Jahr. Der wird zum Besten. vom Schönen vom Schönen wer Amen. Amen.